Bein, da geht's. Hoppala. Was? Okay, das kommt aber hin. Okay, das kommt aber hin. 48 ist eigentlich gar nicht so viel, ne? 19 Klassen gibt's insgesamt. Wir haben begleitet. Habt ihr das gesehen? Ja. Okay, ich würde absolut in einem Charakter spielen. Und ich hoffe, das wird diese Kunst, um unsere Spieler zu inspirieren. Nochmal. Ich leh mich auch wieder hier aus dem Fenster. Ja, mach das. Ja, gleich fall ich wirklich raus. Ähm, aber ich würde auch behaupten, Art ist zwar wichtig, gar keine Frage, man braucht Art. Aber es geht doch keiner hin und macht sich einen Charakter anhand von einem Art, also based on einem Art Design oder so. Das macht doch keiner. Man sucht sich doch immer danach was. Im Endeffekt ist doch so covermäßig doch sowieso nur dafür da, um mehr anzureizen zu kaufen. Man sieht das cool aus. Ja, genau. Genau. So, genau so würde ich auch sagen. Man sieht das geil aus. Ich kauf's. Ja. Aber keine Hintergeiler. Das sieht cool aus, Ende. Einfach fall, ob es in der Studio ist, um weiter zu gehen. Genau, wenn ich die Charakter-Creative-Chapter habe, gibt es ein Leinart. Weil wir wollten, dass wir das Gefühl haben, dass wenn man einen Charakter schreibt, man ist wie mit einem Paragnen als Kind. Und viele von uns, wenn wir ein Charakter schreibt, werden wir unsere Karten ein paar Mal verändert. Ihr weiß, ob wir den Charakter in die Farbe machen. Ich weiß es nicht. Mein Traggeiler. Ich weiß es nicht. We'll think, we'll change, we'll go back, and so we wanted the art itself to subtly point at that process, which is why in that chapter you have the line art. But then when you get to your class chapter, where you're making the most important choice for your character, your character's class, you are just dazzled by full page pieces of art for every class, by key pieces of art for every single subclass. Okay, darum, da muss ich wiederum sagen, das finde ich auch geil, wenn du art für die einzelnen Klassen hast, weil dann kannst du dir die Klasse vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Das ist wiederum, denke ich, was Gutes. Also jetzt nicht das Cover, das einen so anregt, sondern halt wirklich der, halt, wenn du, keine Ahnung, von einem Druiden das siehst, sondern siehst du, ah, guck mal, der mag einfach Natur, der hat ganz viele Tee. um sich drum herum, ich weiß ungefähr, was ein Druide ist dadurch. Jeder, der die Klasse macht, geht in Google rein, gibt die Klasse ein, drückt auf Bilder und dann sieht er, wie die aussehen. Ja gut, ich rede ja jetzt auch von denen, die wirklich das Player-Handbook in die Hand nehmen oder zumindest online das aufmachen und da drin nachschlagen. Fabian. Player was? Ja. Ich hab nur verstanden, äh, ja. Kurzes Rauschen, ne? Gewacht. Ich hab nur verstanden, Player schlagen. Und du siehst die verschiedenen Backgrounds, die zu deinem Charakter, und sie sind literally Backgrounds. Sie sind literally Backgrounds. Und ich liebe das die meisten, weil du nicht ein Charakter unterrichtest, um zu beschreiben, was, hey, this is what a charlatan looks like. Du bist einfach, this is the greenscreen Background, that your character will be inserted into. But also, more than that, the backgrounds themselves have all been redesigned. Oh, das gab's? Wait, das muss ich jetzt mal nachgucken. Das schnellt in die Bläger-Handbook. Mach, Kevin, ich mach ein Live-Druck. Hä? Wir haben mehr von dir erwartet. Ja, ja, ich weiß. Ich enttäusche immer wieder. Aber ich wusste nicht, dass die für die Backgrounds... Ähm, lass mich mal hier gucken, wo ist denn das da? Backgrounds? Backgrounds. Die haben keine Art für die Backgrounds. Was labern die? Das gab's noch nicht. Lug und Betrug. Ist so. Cool. Aber finde ich nice. In der digitalen Version ist es drin. Aha. In allen. Und die beiden zusammen interlocken, um dir eine Veranstaltung zu geben, wer dein Charakter war, bevor sie ein Aventurer geworden wurden. Aber ich weiß. Es ist sehr intensiv, weil du ein Aventurer-Handbook bekommst, based on your background and skills on top of that. Und das freie Feet wirklich informiert, wie gesagt, well, natürlich, ich würde dieses Feet starten. Noch mal. Aber das finde ich eine geile Erinnerung, dass jeder Background mit einem Feed kommt. Das finde ich einfach nur geil. Wir haben ja jetzt schon, es gibt ja zwei Stück, die Feeds geben. Das ist einmal der Ruined und einmal der Favored, glaube ich, war's gewesen. Und es ist so viel geiler, einfach mit einem Feed zu starten, als... Bastet ist. Was heißt Bastet? Also, ich finde es halt cooler. Ich finde es halt einfach cooler, wenn du von Anfang an so ein bisschen, wenn du deinen Charakter noch ein bisschen mehr individualisieren kannst. Und der Background nicht nur ist, du kriegst drei Sprachen dazu. Und vielleicht noch ein Musikinstrument. Sondern... Hey, hey. Das ist gut. Ja, aber ich, also, meiner Meinung nach ist das, finde ich das halt deutlich cooler, wenn halt auch so ein Feed dazu kommt. Können Sie mal. Können Sie jetzt noch ein paar andere Feeds noch hinkloppen? Ja. Das ist die Background, die ich komme von. Ja. Das macht perfekt Sinn. Ich mag einfach, wie das zusammengezogen ist. Und das informiert auch die Abilkungsgaben. Ja. Und ich weiß, wir werden noch mehr in Charakter-Origins in einem unserer anderen Videos. Aber einer der größeren Veränderungen für Backgrounds ist genau das. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Abilkungsgaben, oder eher ein Set of Bonuses. Und das ist eigentlich going to be new, even for people who were part of the Art Arcana process. Because in the final version of the Backgrounds, each Background now lists three Abilkungsgaben. And you, if you select that background, you then choose, how you want to distribute your bonus there. So you can either have plus two in one of them and plus one in another. Or you can have plus one in all three of them. And so you have a tremendous amount of flexibility to pay. Okay, das ist eigentlich nur den, also, das gab es ja, vorher war das bei der Rasse mit dabei. Vorher konntest du dir bei der Rasse halt diese Bonus-Ability geben. Ja. Oder das ist halt immer noch bei der Rasse und der Background gibt das jetzt noch zusätzlich, aber dann weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu viel ist. Zu viel ist gut. Aber finde ich auch cool, dass sie das quasi beim Background mit dazu machen. Wobei ich eigentlich das, das ist halt wieder so Zwiegespalten, weil ich eigentlich gerne habe, auch jetzt, wie das mit den neuen Rassen halt ist, dass du frei auswählen kannst, wo du das drin haben willst. Und das da hört sich halt eher so an, so, wenn du den Background, sagen wir jetzt einfach mal so, irgendwie so einen Thief-Background nimmst, kannst du entweder in Decks, in Persuasion, in Charisma oder in, keine Ahnung, Intelligenz oder Wisdom reinstecken, ne? Also wieder nicht frei sein. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Das ist immer schwierig zu machen, weil das gibt dir halt schon krassen Vorteile, du musst alle Fights irgendwie trotzdem balancen. Ja. Das macht schon einen heftigen Unterschied, wenn du so frei auswählen kannst, wo du den Ballast dann hast du direkt schon 20 Chauffeur statt. Ja. Genau das ist es. All right. There are different backgrounds with different classes, because what we wanted to do is make it so that the backgrounds were as flexible as possible to support as many different character concepts as possible. How have you meddled with the Player's Handbook? I don't think, what's a nicer way? I was like, what'd you do on the Player's Handbook? Well, let's see. Jeremy and I were in the room hashing out the outline for the book with our good friend and former boss Ray Winninger early on. And so I had a hand in sort of sculpting the shape of the book with Jeremy leading that work, of course. And then I injected myself at various points everywhere I could, creating new spells for the spells chapter, rewriting text from the 2014 book to make it suitable for the 2024 revision. All three of the books we mapped out, Chris, Ray, and I, we mapped out together. And what people are going to see when all three books are out is that intentionality that you talked about, Todd, that we not only carefully plotted out the Player's Handbook, that you've now seen, but also very carefully plotted out the Dungeon Master's Guide and very carefully plotted out the Monster Manual and plotted out how the three books integrate with each other. And so in many ways, we view the three books as one massive book that's simply too big to publish as a single volume because it would be about a thousand pages long. And that speaks again to the intention of design on all of this. It is remarkable to see how these are all interconnected. I mean, this is an amazing day because this is the first day you can pre-order all three books. What I've seen of the DMG is so much friendlier to a new Dungeon Master. And what I've heard is so exciting and everything I've heard about the Monster Manual. And it does feel like this is one cohesive project in a way that we haven't seen before. It's so cohesive that there is essentially a piece of the Monster Manual in the Player's Handbook. Right. We were able to coordinate the work in a way that we had never done before where that was essentially Monster Manual work we were doing. as a part of our Player's Handbook work building the Creature Appendix that is in this Player's Handbook. The new Creature Appendix is even bigger than the one that was in the 2014 PH. Oh. 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 Wie süß. Guck mal, wie... Oh, das ist so richtig... Richtig... Richtig Smirk an seinem Face. Ey, warte. Hör mal hier zurück, der... Der Drache, ey. Guck dir das an, wie er dich anguckt einfach. Der will dich vernaschen. Und dann von Drache zu... Warte zu, ich glaube... Misshandlung von irgendetwas. Oh, ein Imp. Ich glaub das ist ein Imp. Okay, die Eule sieht aber richtig geil aus. Holy shit, so richtig. Hi, Sir. G'day, Sir. We also made sure that Druids had a really good starting selection of creatures that they could transform into using Wild Shape. Now, our friends who use the Circle of the Moon subclass, they're still gonna need to visit the Monster Manual eventually, when they get high enough level, because we simply did not have enough pages in the Player's Handbook to have all the beasts that Circle of the Moon Druid might want available. But even for them, we have a nice selection of beast options so that you can start playing with your main features in this book using the content that is all inside this very book. Yeah. And because we've had 10 years of feedback on the 2014 books, we also knew that we were going to be making some adjustments to our stat block format. Yes. To make our stat blocks even easier to run and more fun to run. But that work is not confined only to the Monster Manual. Going back to the idea that this is a thousand plus page book broken up into three pieces. That stat block revision work impacts... Oh yeah, that's a way you get a little bit of far. Oh, I'm joking. Oh, that's a bit of a bit, right? Wow. Pretty cool. Oh yeah, that's perfect. It's right so. OK. It's a bit. Also, that's a bit. 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 That's weird. What I found a bit. cool finde ich habe auch gerade mal geguckt man kriegt early access zu dem core rulebook wenn man das master tier hat ich frage mich aber nur wie wie früh man das ganze bekommt ich sehe nämlich hier dass man das auf jeden fall dass man sich da was gönnen kann aber ist auch schon stadtlicher preis dann können preis bietet keine rolle sollen das da jetzt also das kostet halt 89 dollar bzw 90 euro also es ist nicht mal deine währung also es ist ja schon wieder so geschenkt ja also dass ich mir das holen also da bauen wir wahrscheinlich aber schon krass wenn man sich die man kann sich auch die man kann sich auch die version holen mit dem natürlich kann das ja mal gerade on stream zeigen es gibt auch drei unterschiedliche gibt ja nicht nur ein fettes buch ja ja es gibt gibt auch die komplett version die ist halt 180 euro dann kriegt man das ganze aber auch noch in hardcover also physisch aber das ganze erst ab 17 september 17 september kommt das handbook raus 12 november dem dungeon master guide und erst 2025 das monster menu wobei ich sogar sagen müsste eigentlich wäre es viel cooler das monster menu noch vor dem dungeon master guide zu haben ob sie das so rum gemacht haben wüsste ich gerne das macht irgendwie nicht ganz so viel sinn was war er die monster vorher als dass irgendwie so ein dm sich muss mit den neuen regeln da befassen das ist doch egal regeln abschauen ist so ich packe in dm wahrscheinlich eigene regeln ich packe in dm wahrscheinlich auch nicht nur in der kreatur appendix aber auch in der ranger beastmaster subclass subclass woher 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 So, you mentioned Summoning Spells, and again, what I love about the new Player's Handbook is everything you need is in the new Player's Handbook. Like, if you want Wild Shape, if you want to summon a Familiar, but the Summoning Spells have various options of the type of that creature that you want to use. So, if it's an Aberration, if it's Undead, if it's a Fiend, you're not just having to select this one type of stat block creature, you have a variety of options. So, if you love Summoning, and you like to be tactical, it's just layers of options with one singular spell, and you have all the stats you need to just run it. You don't need to grab another book and go hunt something down. It's all in the Player's Handbook. And that was something that people loved when we first introduced it in Tasha's Cauldron, and so we were excited to be able to take that approach to Summoning and incorporate it into the game's core. But even people who are familiar with those spells in Tasha's will have some fun surprises because all of those spells have been enhanced for the Player's Handbook. And so they are, they, like everything else, are glowed up. And we even have other parts of the book where options that maybe first appeared in Tasha's Cauldron now appear here and have been enhanced. Great example, the Soul Knife in the Rogue, the Psy Warrior in the Fighter, Aberrant Sorcery. Wait, Soul Knife? Rogue? What? Who gives it? Is not right for Vogue, but it's got no plan. Soul? Oh, it's got a Soul Knife. What? Ah, that's are these Psyonics-Dinger there. Okay, okay. Zwei of them know I. Drei more than I. The Soul Knife, the Soul Knife, the Soul Knife can't. Der kann dich nicht. Du kennst auch einen. Noch nie was davon gehört. Oh mein fucking Gott. Fabian, er weiß wirklich nicht, wie er seinen Level-10-Charakter zu spielen hat, ne? Ah. Wer würde denn sowas jemals behaupten? Der rechts Aberrant Mind. He's in Sorcerer. Okay, perfekt. Sehr schön. Was sind Mages überhaupt? Ja, Wizard spielt ja auch keiner. Bring more Psyonics into the core game. This was actually something that we talked about doing over a decade ago in the 2014 Players Handbook. We frankly just didn't have time to do it over a decade ago. And so we thought, now we have the time. And I like to think of it as the great old one Warlock, now having their friends show up so we can, you can now have your full Psyonic crew. Whereas before in 2014, the great old one Warlock was wondering where all their Psyonic buddies were. And they've now all shown up for the party. The great old one is nasty now. The great old one is new and super nasty. It gets in your head literally to have some nice advantages in combat. Yes. There are significant, lovely changes to so many of these subclasses that just amp them up to more what you wanted to do. More what the kind of core concept was. Again, the Feywild patron for the Warlock. You are just teleporting everywhere. You are just bouncing. And with every time you do use Misty Step, there's a new added-on effect. It just feels like you've made a pact with a Fey creature. Like it makes narrative sense. And it gets me excited about it. Now you would have to play a relator. You would have to play it. With all these subclasses because I feel like there might have been gaps before in the 2014 versions. Good, that would have to do but also no one. For that which that we have had. So is it. The Archfey patron Warlock is a great example of a subclass that didn't just get tweaked. It's basically a new subclass. Yeah, absolutely. And this book has three brand new subclasses that have never appeared in a D&D book before. We have the Circle of the Sea in the Druid. We have the College of Dance in the Bard. And the Path of the World Tree in the Barbarian. But again, just as the Archfey patron Warlock has been so redesigned that it's essentially a new subclass, there are other subclasses like that as well. The Warrior of the Elements in the Monk has been so heavily reimagined it's essentially a brand new subclass. The Beastmaster in the Ranger essentially a brand new subclass. And when we do videos on individual classes we can dig deeper in other subclasses like them that are essentially brand new. And then we have other subclasses that are going to feel very familiar to people while at the same time having brand new options inside them. And again, remember that Weapon Mastery has left no class that uses Weapon Mastery untouched. That has changed the game. Yes. If you're a Paladin, if you're a Ranger, a Barbarian, a Rogue, a Fighter, the game is different now. Absolutely. Every single class that is weapon-focused, your play experience is going to be different now and more fun and more tactically interesting because of Weapon Mastery. Weapon Mastery is so juicy that through feats we've also made it so that even if you're a member of a class who doesn't get it, you can take a feat to dip your toe into the Weapon Mastery pool. Just as we've always had a feat that allows non-spellcasters, the Magic Initiate feat, to get a little bit of that spellcasting flavor. I feel like the feats have also focused more on that wish fulfillment of there's like the Skulker feat and that has changed where you really feel like okay, now I can like attack in combat and not necessarily reveal myself. There's new features that make you feel like this feat, how I feel it should play, is playing that way. Jeder soll alles machen können. There are way more feats. There are a lot of feats. But this book has 75 feats in it. Yeah. And it includes not only a suite of feats that are for first-level characters that they get through their backgrounds. But we also now have epic boon feats that unlock for you when you reach level 19. And then between those epic feats and Now I have to say you feel like epic boon feats that's what's we're doing and that's what's that's what's but let's be real also level 19 that's that's what I'm saying that's what I'm saying ich glaube, da gibt es nichts, wo du dann noch sagst, das macht mich jetzt stärker. Vielleicht haben sie das hier mit diesen Epic Boons drin, ne? Vielleicht bist du dann von einem Gott einfach, keine Ahnung, was für ein Wesen du dann bist, ne? Einfach immortal. Ein Gott, sondern einfach darüber, ja, ist halt wirklich so. Also, das ist halt schwierig. Was mich jetzt interessieren würde, und da gibt es, glaube ich, auch ein Video dazu, ähm, weil die hauen ja jetzt die ganze Zeit Videos daraus. Ist über dieses Weapon-Gedönsches da, Weapon-Mastery, das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Also, wenn wir danach noch irgendwie ein bisschen Zeit haben, aber wird wahrscheinlich kritisch, würde das mal noch gucken. So, Nachaufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und, äh, wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so, dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button, den könnt ihr mal smashen. Und, äh, vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, äh, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da. Und, ähm, ich freue mich drüber. Dankeschön! ich empfehle mich drüber. Bye-bye. 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 Vielen Dank.